Hier ist der Musikplatz. Hier ist der Ort noch ein Aerobell-Strecht. So, er rauf von Aerobell und was ich mich bringe, ist der Weg von Elastin. An der Weg. Und so kommt noch nichts, da kann ich in die Pfad tun. Dann habe ich noch ein schlechtes Plastik, denn auch nicht. Vielleicht genau so ein bisschen kontrolliert. Mal krõig, mit mir zu neuen Teil. Dann gibt noch etwas, das ein Kaffee. Und da gibt es noch etwas Riesel, und da gibt es noch etwas Riesel. Und da gibt es noch eine gutke Geschmacks-Sefel. Das ist übrigens auch an Riesel. Und da ist ja so ein Kaffee. Ja, ich bin nicht hier. Möller Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Danke. Das ist eine Ame, ja. Und hier. Das ist ein Yerfbelieger. Hier ist ein Mascha Klaitter. Das ist eine neue Leuke Sikitas. Hier ist ein Quilis. Und hier ist eine Probe. Das ist ein Fisch. Das ist toll, Mann. Das ist ein schönes Stück und ein schöner Ei. Schatten. Und ich habe das von mir. Und die anderen, die Kadootchen auch? Und das kann ich nicht sagen. Aber wann habe ich das bekommen? Da steht eine Karte, denke ich, da drin. Laten wir sehen, die Karte. Oh, mit all the bells. Oh, die Kadootchen von Natalia. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, Natalia hat es gut geschrieben. Oh, schön. Das ist so schön. Nein, das ist nicht. Das ist von etwas anderes. Das ist von Cheeky. Chocolatchen von meiner Frau. Chocolatchen. Noch mehr. Oh, das ist für die Karte. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist schon. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott.